Beide Zeit, wir haben zur Anstreitung am Montagabend geöffnet. Wir haben vor allem schon gemeinsam hier in der Schweiz gefeiert. Wir haben da eine gute Pause gehabt, dass wir nicht sehr leise abhaben können. Wir haben sich in Ruhe rund und in den Büchel jetzt mit der Geltzeilen teilgenommen. Wir werden uns dann mal treffen. Wir müssen sehr herzlich, so wie ich auch war, bei meinten, wie muss man sich miteinander zusammenführen. Wir müssen in den letzten Jahren sehen, die im Taktischen Gedenken an die Opfer der Nationalsecherinigung. Besonders begrüße ich Sörer mit der Anwendung, die Mitglieder zum Taktischen Stadtmalen, und einen Ort der Anwendung, der heute in der Traubung auf Binden angezeigt ist und bei der heutigen Gedenkungsanstaltung funktioniert. Am 3. Januar ... ... ... ... ... Die Erinnerung darf nicht endlich, sie muss auch künftige Generationen zur Wahrscheinlichkeit machen. Es ist deshalb wichtig, genug eine Form der Verinnerung zu finden, die in die Zukunft wird. Sie muss traurig über Leid und Verlust auszudrücken, im Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Bewerbung erledigt werden. Bei vielen Jahren wird auch der Mann gegen natürlich verletzten, gewirkt und gearbeitet. Dabei ist Tradition, ganz wahre Schmühle wechseln und verschiedene Vereine verletzten und Gefährdung. In diesem Jahr wünschen Sie die Freitagsschule, die Blöcher-Eckermann-Jahreschule und die Landgruppe Akzeptanz. Ich bedanke mich auch bei Parallel von der katholischen Gemeindeversammlung, Karol Schreiter und der amerikanischen Städtischen Gemeinde, und er wird leidlich für die Gestaltung des ökologischen Freitagsschule. Dieser Kreuzagsschule steht auch in meiner Bewerbungseile und in der Überschrift »Ich habe gespielt«. Dieser Titel verzieht sich auf den bekanntesten Ektar von Martin Niemann. Ich habe es in der Als die Sozialdemokraten einstärken, habe ich gestiegen. Ich war ja keine Sozialdemokraten. Als die Gewerkschaftermüssen war ich gestiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als die Mieterunden gab es keine mehr große Ziele. Waren sie wieder als die Beweiterung und Anruf der selben Verwägung in der Nachkrieg starke Land. Nach dem er 1937 als Wettkrieg in unseren Sommationslager dann auf dem Kamm kam, wurde er vom Widerstandskämpfer gegen die nationale Sozialdemokraten. Und er führte sich nach dem Ende des 2. Weltkrieges für die Neuordnung.